Gastrof Hotel Stockinger. Für Veranstaltungen zum Essen gehen. Wir stellen uns vor. Ein tolles Tool ist bei uns die Gastromatik Dienstplan App, bei dem Sie alle Mitarbeiter selbst via eigenem Smartphone die Freiwünsche oder sogar die Dienste eintragen können. Zudem gibt es bei uns kostenlose Verpflegung und die Möglichkeit zur Nutzung der Fitness- und Wellness-Einrichtung außerhalb der Öffnungszeiten. Hallo, ich bin die Rosi. Ich arbeite seit 45 Jahren im Familienbetrieb. Ich arbeite an der Bar beim Stockinger und jetzt darf ich es mit den Gästen zu arbeiten. Aufgrund des Frühstages habe ich jeden Sonntag frei. Ich arbeite meistens vier Tage die Woche und habe Torchdienst und dabei hilft mir immer der Junior. Ihr habt vor 15 Jahren als Lehrling da herinnen angefangen beim Stockinger und kann mich jetzt schon Küchenchef nennen. Unsere Fachkräfte da herinnen bekommen 20 Prozent über den Kollektiv Minimum bezahlt und auch nach Qualifikation und Leistung bekommen sie auch mehr bezahlt. Hallo, nach über 30 Jahren beim Stockinger werde ich in zwei Monaten Pension gehen, aber ich werde sicher mit meinem Mann öfter vorbeikommen zum Essen und meine Kollegen auf der Drahtschein besuchen. Ob Fachkraft, Anlernkraft oder für eine Lehre, ob Vollzeit, Teilzeit oder Aushilfsweise, werde auch du ein Teil unseres Teams.